Internationaler Familie der Zukunft Online Summit. Tag 10. Eine Vorschau gibt es heute wieder für dich. Und zwar haben wir wieder ganz, ganz wunderbare Herzensmenschen für dich am Start. Annelie und Frank Eick, Antje und Ronny Dübel und Doris Schlechtel. Unter anderem haben wir darüber gesprochen, was ein ganz wichtiger Punkt im Leben ist, ist dein Warum. Dein Warum? Du in deinem Leben wirklich etwas verändern möchtest. Das ist letzten Endes der Motor, der dich antreibt. Und dann natürlich damit einhergehend, wie du gegebenenfalls Umbruchsphasen im Leben einfacher gestalten kannst. Mit Antje und Ronny Dübel haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es wirklich ist, eigene Entscheidungen zu treffen im Bezug auf die eigenen Träume und Wünsche. Und wie man diese natürlich auch innerhalb der Familie oder mit der Familie vereinen kann. Ohne Geld geht auch nichts. Geld ist heute auch ein Thema. Und zwar mit Doris Schlechtel geht es um das liebe Geld-Mindset, um Mindset und Körperarbeit und um vieles mehr. Aber höre jetzt einfach selbst rein, was unsere wunderbaren Herzensmenschen, Herzenssprecher hier aus ihrer Sicht noch dir beizutragen haben. Und dann sichere dir auf jeden Fall heute dein Ticket zum internationalen Familie der Zukunft online sammeln. Und dann sehen wir uns. Ja, wir sind Antje und Ronny. Nee, wir sind Ronny und Antje. Achso. Und wir freuen uns wahnsinnig, beim Familienkongress mit dabei zu sein. Jawohl. Aber wir wollen mal ein bisschen was erzählen. Mhm. Geheimnisse, die wir noch nie erzählt haben. Nee. Nämlich von unserer Reise. Um die Welt. Ja, aber vor allen Dingen auch als freie Familie. Denn wir haben uns einen Traum erfüllt. Viele kennen uns ja als Business-Mentoren. Mhm. Aber vor allen Dingen haben wir uns in den letzten Jahren auch die Familie erschaffen, von der ich zumindest immer geträumt habe. Ronny, du wusstest gar nichts davon, oder? Nee. Ich musste mein Bitch-Dasein aufgehen. Ja, ganz viele Geheimnisse gibt es im Interview. Also anmelden und dabei sein. Ich war gerade in einem Interview mit dem Markus für den Familie der Zukunft online Summit. Mein Name ist Doris Schlechtl und ich freue mich, dass ich in diesem Summit das unterstützen kann, dass die Familien der Zukunft nicht nur noch mehr zusammenwachsen, sondern auch ihren Weg gehen. Das bedeutet, wenn du ein Vorreiter bist in deiner Familie, du einen anderen Weg gehst als deine restliche Familie oder deine Vorfahren, dann möchte ich dich ermutigen und dir wirklich diesen Summit ans Herz legen, weil da findest du Gleichgesinnte und du hast ganz viele Experten, die aus ihrer eigenen Erfahrung erzählen. Und auch ich hatte nicht den leichtesten Weg mit meiner Familie. Es gab viel Widerstand. Ich hatte viele Momente, wo ich gedacht habe, warum versteht mich keiner? Warum gehen die anderen nicht mit? Warum machen die das nicht auch so wie ich? Und ich durfte erkennen, dass es aber darum geht, selber das Licht strahlen zu lassen, selber vorzugehen und damit andere zu inspirieren. Hallo, wir sind Annelie und Frank. Wir sind von Evo Solutions und hatten gerade ein wunderbares Gespräch mit der EMGART und laden euch ganz herzlich ein, bei diesem wundervollen Kongress dabei zu sein, wenn ihr uns kennenlernen wollt. Denn wir erzählen ganz, ganz viel von unserem Leben, von unserer Beziehung, von unserer Familie, wie wir Umbruchsphasen erlebt haben, was wir für Rundes getan haben. Von Umzug zu Auswanderung, von Schule, online, gar keine, alles dabei. Genau, bis dahin, wie wir arbeiten, damit wir wirklich gestärkt einfach unsere Träume leben können. Und wenn du neugierig darauf bist, dann bleib unbedingt dabei und schau rein. Und wenn du neugierig darauf bist, dann bleib unbedingt dabei und schau rein.